Nahrungsergänzungsmittel werden weltweit präventiv eingesetzt, breit genutzt. Das wissen Sie, man geht überall in der Welt, in Supermärkten und anderswo an langen Angeboten vorbei. Sie sind, wenn man genau hinguckt, als Wissenschaftler kritisch hinguckt, in ihrer Wirkung umstritten bisher. Und so war das Ziel dieser Studie, die Wirksamkeit eines Nahrungsergänzungsmittels. Und Sie ahnen schon, es handelt sich um Juice Plus, konkret auf die Symptome von Erkältungskrankheiten zu untersuchen. Die Schlussfolgerung aus dieser Studie, und das ist meines Wissens die größte klinische Studie, die zu diesem Thema durchgeführt wurde, ist, und das war wirklich überraschend, auch für mich muss ich persönlich sagen, dass die Tage mit moderaten oder starken Erkältungssymptomen durch Juice Plus reduziert wurde im Vergleich zu Placebo. Und das ist die Cotton-Geregte. diese Anerkte haben viele Leute dafür wiederum,